Hallo liebe Grünungsinteressierte, ich begrüße euch heute zur heutigen Anwendungssession. Nachdem wir in den letzten Einheiten gehört haben, was ein Business Model ist und was ich alles dazu brauche, um ein solches zu erstellen, geht es heute ans Eingemachte und endlich erstellen wir unser langersehntes Modell am Beispiel von Tesla Motors. Warum Tesla? Ich habe versucht, ein Beispiel für euch zu finden, wo ihr die Unternehmung kennt und euch somit leicht in dieses Beispiel einfinden könnt. Auch wenn ihr nicht in der Automotive-Branche tätig sein solltet, so denke ich, dass jeder schon einmal ein Auto gesehen hat, mit einem Auto selbst gefahren ist oder mitgefahren ist und ihr somit euch ganz gut in diese Gedankenwelt rein projizieren und hineinversetzen könnt. Wie wir mittlerweile wissen, ist das Business Model Canvas in neun verschiedene Felder unterteilt. Dabei steht nicht nur die Beantwortung der jeweiligen Fragen, sondern allen voran deren Vernetzung im Vordergrund, die im Canvas sehr schön visuell dargestellt werden und damit ein hervorragendes Gesamtbild abgeben. In dem Fall, let's get started. Lasst uns ein Canvas Schritt für Schritt durchgehen, damit ihr am Ende eure eigene Idee auf diese Art und Weise abbilden könnt. Damit ihr euch noch ein bisschen besser in das Beispiel einfinden könnt, möchte ich euch am Anfang ein bisschen Hintergrundinformation geben. Und dabei möchte ich mit dem ursprünglichen Businessmodell von Tesla beginnen. Tesla Motors wurde im Jahr 2003 von fünf Personen in Kalifornien im Silicon Valley gegründet. Macht mit mir also eine kleine Zeitreise und stellt euch eine Zeit um die 1990er bis 2000er Jahre vor. Zu dieser Zeit hatten wenige Automobilhersteller Ambitionen im Bau von Elektroautos. Die Ölpreise waren verhältnismäßig niedrig und auch die Gesetzgebungen in Bezug auf Umweltschutz und Emissionen waren recht gering. Trotzdem versuchte man auf den damaligen, sich auftuenden Trend aufzuspringen, um green- bzw. umweltfreundlich zu sein oder zu werden. So gab es einige der ersten Entwicklungen von reinen Elektroautos wie den Chevrolet von GE und von den sogenannten Hybridfahrzeugen wie von Toyota oder Honda. Die Probleme waren einerseits die geringen Reichweiten, also technologisch gesehen wenig performante Batteriesysteme, die entsprechend fehlende Infrastruktur, denn irgendwo muss und will ich ja wieder aufladen und die Gesetzgebung, weil es gab ja keinen Bedarf, um etwas zu ändern. In Deutschland hatten wir 2009 zum Beispiel nur einen Anteil von 0,0035 Prozent an Elektroautos. Also ihr seht schon, eine alles andere als leichte Aufgabe. In einem gesättigten Markt, in dem es genug Platzhirsche gibt und eine sehr hohe Eintrittsbarriere durch die immens hohen Investitionskosten und dem damals noch eher schlechten Image der Autos eine wirklich sehr schwere Aufgabe. Aber die fünf Gründer haben sich daran gewagt, haben 2003 gegründet, dann viel viel gearbeitet, 2006 dann den Tesla Roadster vorgestellt und ab 2008 diesen dann auch endlich verkauft. So viel zur Introduction. Beginnen wir nun mit dem Business Model Canvas von Tesla. Wie ihr schon wisst, stehen der Kundennutzen und der USB an erster Stelle. Daher beginne ich rechtsaußen mit dem Kundensegment und stelle mir folgende Fragen. Für wen will ich Werte oder Nutzen schaffen? Und wer sind meine wichtigsten Kunden? Die Jungs von Tesla haben das über einen längeren Zeitraum beobachtet und haben gesehen, dass der Pain der Kunden in der Reichweite und der nicht vorhandenen Infrastruktur lag. Außerdem waren die Preise für die Elektroautos sehr hoch, was wieder zu wenigen Verkaufszahlen führte. Aber sie versuchten, die Kunden zu verstehen und zu identifizieren. Sie haben gesehen, dass es vielen Käufern, die ein Hybridauto hatten, nicht unbedingt um die Benzinpreise ging, sondern eher um das Statement zur Umweltfreundlichkeit. Und sie haben im weiteren gesehen, dass viele dieser Käufer, die zum Beispiel einen Toyota Prius oder ähnliches hatten, auch gerne ein zweites, ein sehr schnelles Auto, nämlich einen Sportwagen in der Garage hatten. Daher suchten sie die Nische und fokussierten sich auf folgende Kundengruppen. High-End-Sportwagen-Liebhaber, die ein Statement zum Umweltbewusstsein machen wollten. Weiter geht's mit der Value Proposition. Die relevanten Fragen solltet ihr auch schon kennen. Nämlich, welchen Wert vermittle ich den Kunden? Welche Kundenprobleme löse und welche Bedürfnisse stille ich? Welche Produkte und Dienstleistungen biete ich jedem meiner Kundensegmente an? Tesla wollte also einen Sportwagen entwickeln, designen und herstellen. Der Value war also ein hochperformanter, emissionsfreier, reiner Elektrosportwagen. Im Weiteren ein sehr schnelles Batteriemanagement. Wobei ich hier dazu sagen möchte, dass sich dieser Hochperformant auf die Batteriereichweite und die Ladezeit bezieht. Nun, wie sieht es mit meinen Kundenbeziehungen aus? Welche Art von Beziehung erwartet das Kundensegment von mir? Wie kann ich diese Beziehung aufbauen und pflegen? Wie kostenintensiv ist diese Beziehung? Und wie sind die Beziehungen in unseren Geschäftsmodell integriert? Dabei hat Tesla auf die persönliche Betreuung gesetzt. Schon in der Entwicklungsphase haben sie Newsletter ausgeschickt und einen Blog betrieben, um die potenziellen Käufer up to date zu halten. Ihre Motivation dabei war Neukundengewinnung, Kundenbindung und natürlich die Verkaufssteigerung. Wie, also über welche Kanäle möchte ich diese Kunden nun erreichen? Auf welchem Weg? Welche Kanäle funktionieren am besten? Welche sind am kosteneffizientesten und welche am kostenintensivsten? Wie integrieren wir diese in die Kundenabläufe? Wichtige Funktionen von Kanälen sind dabei immer die Aufmerksamkeit des Kunden auf die Produkte und Leistungen des Unternehmens zu lenken. Kunden bei der Bewertung des Wertangebots in der Unternehmung zu helfen, den Kunden den Kauf spezieller Produkte und Dienstleistungen zu ermöglichen, ihnen ein Wertangebot zu unterbreiten und sie auch nach dem Kauf zu betreuen. Tesla hat hier eine für den Branche komplett innovativen Weg gewählt. Sie haben sich für die Direktvermarktung entschieden. Also kein Franchise und keine Autohändler, stattdessen Blogs, Newsletter und zu einem späteren Zeitpunkt eigene Stores. Gibt auch eine gewisse Exklusivität. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich mir darüber Gedanken machen sollte, welche Ressourcen ich für diese Leistungserbringung benötige. Welche Schlüsselaktivitäten erfordert denn mein Wertangebot? Welche die Vertriebskanäle, die Kundenbeziehungen und die Einnahmequellen? Dabei können die Aktivitäten nach Produktion, Problemlösung, Plattform und oder Netzwerk kategorisiert werden. Im Beispiel von Tesla war das mal definitiv die Entwicklung, das Design und die Produktion. Und das sowohl für den Antriebsstrang, das Batteriemanagement und das Komplettfahrzeug, um den Sportwagen Roadster herzustellen. Die nächsten Gedanken gehören den Ressourcen der Leistungserbringung. Welche benötige ich für die Erstellung, für die Vertriebskanäle, für die Kundenbeziehungen und für die Einnahmequellen? Hier sollte ich sowohl die physischen, intellektuellen, menschlichen und finanziellen Ressourcen betrachten. Also, welche Ressourcen brauche ich? R&D, Manufacturing, also die Herstellung, handelsübliche Bauteile, Image, Brand aufbauen, IT und natürlich den Vertrieb. Kommen wir nun zu den Schlüsselpartnern. Wer sind diese und wer sind unsere Schlüssellieferanten? Welche Schlüsselressourcen beziehen wir von den Partnern? Und welche Schlüsselaktivitäten üben diese Partner aus? Dabei gibt es vier Arten von Partnerschaften. Erstens, die strategische Allianz zwischen Unternehmen, die nicht im Wettbewerb zueinander stehen. Zweitens, die Competition, strategische Partnerschaft zwischen Wettbewerbern. Drittens, Joint Ventures zur Entwicklung neuer Geschäfte. Und viertens, Käufer-Anbieter-Beziehungen zur Sicherung zuverlässiger Versorgung. Die Motivatoren dabei sind natürlich die Optimierung von Mengenvorteilen, ganz wichtig, die Minderung von Risiken und Unsicherheiten und natürlich die Akquise bestimmter Ressourcen und Aktivitäten. Tesla ist dabei folgende Partnerschaften eingegangen. Erstens, die Lizenzen für den Elektroantrieb. Diese haben sie von der AC Propulsion, die das Auto T-Zero gefertigt hat, bekommen. Als kleine Anmerkung, AC Propulsion hat selbst drei Exemplare von reinen Elektroautos per Hand hergestellt und diese verkauft. Hat dann aber 2003 diesen Plan aufgegeben und das Konzept an Tesla lizenziert. Der zweite Partner war Lotus Engineering, der als Zulieferallianz für das Chassis gesehen wurde. Niemand der Gründe wusste, wie man einen Sportwagen baut. Also haben sie sich als Partner einen Sportwagenbauer geholt. Der Ansatz war auch hier sehr einfach. So viel wie möglich an Standardkomponenten einbauen, damit das Auto sehr hochwertig, aber möglichst kosteneffizient hergestellt werden kann. Nachdem wir wissen, was wir alles umsetzen und anbieten wollen, kommt die Frage nach den Kosten. Welche sind denn die wichtigsten Kosten? Welche Schlüsselressourcen sind denn am teuersten? Und welche Schlüsselaktivitäten sind teuer bzw. am teuersten? Dabei gibt es zwei Arten von Kostenstrukturen in den Geschäftsmodellen. Erstens der kostenorientierte Ansatz. Hier versuche ich die Kosten so gut wie möglich zu minimieren. Zweitens der wertorientierte Ansatz. Hier liegt der Fokus klar auf dem Schaffen von Wert. Tesla hat sich dabei für eine klare wertorientierte Struktur entschieden. Weitere sehr kostenintensive Punkte sind R&D und die Produktion. Wow, jetzt haben wir wirklich ganz schön viel ausgefüllt. Aber auch wenn wir bisher zumindest hoffentlich gut waren, dann geht es doch auch darum, Geld zu machen. Somit lenken wir unsere Gedanken auf die Einnahmequellen. Für welche Werte sind unsere Kunden wirklich bereit zu bezahlen? Hier gibt es entsprechende Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Dazu zählen natürlich der Verkauf, die Nutzungsgebühr, Mitgliedergebühren, Miete oder Leasing, Lizenzierung, Werbung, aber auch eine Vermittlungsgebühr ist denkbar. Zwei Arten von Revenue Streams können auch hier angeführt werden. Zum einen ist es die Transaktionseinnahmen, also jene Einnahmen, die aus einem einmaligen Kundenkontakt entstehen. Und zum zweiten gibt es die wiederkehrenden Einnahmen und fortlaufenden Zahlungen. Bis zu den ersten Verkäufen im Jahr 2008 gab es im Beispiel von Tesla keine Einnahmequellen. Also keine Einnahmequellen. Auch wenn ihr keinen Verkauf erwartet, solltet ihr das klar definieren und auch damit umgehen können. Das war auch den Unternehmen von Tesla klar. Daher mussten sie in den ersten fünf Jahren komplett fremd finanzieren und entsprechende Investoren und Venture-Capitalisten finden. Nach 2008 kamen und kommen die Einnahmen. Durch den Verkauf von Autos und durch den Verkauf der Services. So liebe Leute, ich hoffe ihr habt an diesem Beispiel ein erstes und hoffentlich gutes Gefühl dafür bekommen, wie ich so ein Canvas anwende. Zur Übung könnt ihr weitere Beispiele von diversen Unternehmen heranziehen und versuchen das Canvas auszufüllen. Dabei ist anzumerken, dass das Arbeiten mit dem Canvas kein starrer, sondern ein iterativer Prozess ist. Wir sind bei Tesla von der Ist-Situation ausgegangen. Mittlerweile hat sich auch deren Geschäftsmodell verändert bzw. ergänzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und beim erstellen vom Canvas für eure eigene Idee. Daher alles Liebe und eine gute Reise.